Und schon wieder zurück bei Dragon Age Inquisition in der zerstörten alten Bibliothek. Sie muss sich jetzt einfach gedulden, bis wir hier fertig sind mit Durchsuchen und vor allen Dingen mit Lesen, wahrscheinlich. Jedes Mal, wenn der Träger dieses Amuletts einer normalen statt eines kritischen Treffers erzielt, wird seine kritische Trefferchance deutlich erhöht. Huuuuh, Cole! Wenn Cole nicht schon das... Boah, was wir hier für Amulette finden! Wenn Cole nicht schon dieses andere Amulett tragen würde, das notwendig ist, leider. Also, was heißt leider? Aber das notwendig ist für die... für das Set. Dann wäre das ideal für ihn, weil irgendwann wird er dann den kritischen Treffer landen. Und die anderen haben ja mittlerweile Amulette an, die ihnen auch dabei helfen, so ein bisschen ihre Lebenspunkte zu behalten. Beziehungsweise Barriere oder Schutz aufzubauen. Von daher... Hm. Leider nicht möglich. Die Gefahren der Sarebas... äh, Sarebas. Diese Aufzeichnungen sind größtenteils auf Kuhnlad verfasst. Einige ausgewählte Passagen wurden jedoch auch in die Gemeinsprache übersetzt. Jene, die außerhalb des Kuhn geboren wurden, werden nicht verstehen, was es für uns bedeutet, dass wir uns von Magiern helfen lassen. Sie denken, das Schlimmste, was einem Magier widerfahren könne, sei dämonische Besessenheit. Sie begreifen nicht, dass mit dem Verlust von Kontrolle auch der Verlust des Selbst einhergeht. Diejenigen, die unter dem Kuhn geboren wurden, wissen dies und verstehen gerade deshalb nicht, warum wir das Risiko eingehen, Sarebas einzusetzen. Wir haben sie so lange in ein Meer aus Magie getaucht, dass sie darin unweigerlich ertrinken müssten. Es ist richtig, euch aufzuklären, damit ihr wisst, weshalb ihr hier seid. Was wir über diesen Ort erfahren haben, ist, dass dort ein Elfenmagier lebte, der ein großes Unrecht sah und alles dafür opferte, um es aus der Welt zu schaffen. Dieser Magier erschuf den Schleier, der uns vor dem Nichts schützt. Der Schleier raubte außerdem den Herrschern des Magiers ihre Macht, die sie genutzt hatten, um ihr Volk in einem derartigen Ausmaß zu unterdrücken, dass es die Könige und Königinnen im Süden beinahe gerecht erscheinen lässt. Somit hat jegliche Tat ihre Richtigkeit und sämtliche Wege laufen zusammen. Indem er seine mächtige Magie nutzte, um den Schleier zu erschaffen, wurde der Elfenmagier zu einer Kraft des Friedens. Und nun, da wir bereit sind, an diesen Ort vorzudringen, können wir womöglich herausfinden, wie wir den Schleier mithilfe unserer eigenen Magier noch weiter stärken können. Für dieses Ziel setzen wir unser Leben aufs Spiel. Die Sarebas, die sich uns angeschlossen haben, wissen von den Gefahren und haben ihre Wahl getroffen. Vergesst nicht die Worte des Ashkari Kuslun. Existenz ist eine Wahl. Es gibt kein Chaos in der Welt, nur Komplexität. Die Erkenntnis des Komplexen führt zum Verstehen. Aus dem Verständnis für die Welt erwächst das Verständnis für das Selbst. Das Meistern des Selbst führt zum Meistern der Welt. Der Verlust des Selbst ist der Ursprung allen Leids. Leid ist eine Wahl und wir können uns ihm verweigern. Es liegt in unserer Macht, die Welt zu erschaffen oder sie zu vernichten. Um Frieden zu schaffen, werden wir jegliche Schrecken auf uns nehmen. Wir werden eine neue, sichere Welt erschaffen oder die alte vernichten. Das sind Unterlagen der Widerschaller. Sie hat Magier hierher gebracht, um zu erforschen, wie man den Schleier stärken kann. Das erklärt, warum die Konari hier ein Lager aufgeschlagen haben. Das klang ein bisschen wie der Siv-Kodex, ne? Wer den kennt. Na gut. Sie will den Schleier sch- Ich hab's genau gesehen, da war was Rotes. Wie komm ich denn da rauf? Moment mal! Moment mal, wie komm ich denn da rauf? Ähm, sie will den Schleier stärken. Aber wenn sie doch wissen, wieso sind sie denn dann hinter mir hier, wenn sie doch wissen, dass ich ja offensichtlich ein Helfer des Elfen bin. Fan Harrell, darauf müssten sie ja mittlerweile auch gestoßen sein. Äh, dass Fan Harrell dieser Elf gewesen ist, der das Ganze hier beendet hat. Okay, hier oben ist auch noch ein Eluvian, aber der ist auch schon lange zerstört. Ich frage mich nur gerade, wie komme ich da hinten rüber? So nicht. So kommen wir hier rüber. Ausgezeichnetes Amulett des Entkommens. Der Träger dieses Amuletts hat eine große Chance, gegnerischen Angriffen auszuweichen. Oh, das ist auch wundervoll. Und ein weiterer kaputter Eluvian. Hier haben sie Zielübungen gemacht, oder? Hm. Na gut. Dann würde ich mal sagen, der Witzaller hinterher. Hä? Ein weiterer Archivar. Das ist der, den wir gesehen haben. Hey! Moment mal. Bevor wir dem jetzt folgen. Ihr wisst, ich muss es tun. Na also. Hab ich mir doch gedacht. El Ganan Enaste. Das ist ein Bogen. Ja, ja, das bin ich. Ich hab mich nur hierhin zurückgestorben. Keine Sorge. Alles gut. Besucher, Gäste, willkommen. Die Hallen stehen euch offen. Könnt ihr mir sagen, wohin eine Kunari gegangen ist, die man die Bidasala nennt? Ja. Wir haben viel erfahren. Obwohl sie der irrigen Überzeugung war, wir könnten nichts hören. Bringt einen Schlüsselstein zum Davarat. Ich werde bald zu euch stoßen und eine Bestandsaufnahme unseres restlichen Guardlock machen. Das waren ihre Worte, ne? Ich habe bei einem der Kunari einen Schlüsselstein gefunden. Ja, und ihr braucht die Worte für ihren Schlüssel. Maras Nehra. Er leuchtet. Er wird den Weg zum Davarat öffnen. Möget ihr finden, wonach ihr sucht. Indem ihr hierher gekommen seid, habt ihr die Wege gestärkt. Ich kann nun einen errichten, sofern ihr zu gehen wünscht. Ihr habt uns wirklich sehr geholfen. Ähm... Gil Dürcherlen war der Name, den mir die Elvenan gaben. Einer, der die Sucher des Wissens leitet. Ich war die Verbindung. Eine Stadt konnte die Aufzeichnungen einer anderen lesen. Ein Elvenan, die Erinnerung eines anderen fühlen. Als der Schleier über uns fiel, stellte ich das Ende all ihres Wissens dar. Wir müssen diesen Davarat finden und die Widersaler aufhalten. Es tut mir irgendwie ein bisschen leid für diesen Archivar. Was auch immer er genau ist oder sie. Spricht er mit vielen Stimmen. Ähm... Hier für immer an diese zerstörte Bibliothek gebunden zu sein. Die wahrscheinlich in vielen, vielen Jahrtausenden niemand mehr besuchen wird außer uns. Und die Erinnerung daran zu behüten, was hier alles schief gelaufen ist. Jupp, das ist nämlich genau der, der uns hier hinführt, wo wir letztes Mal dann nicht weitergekommen sind, weil... Da unten, ja. Wäre mehrfach da reingefallen. Achso, dann kann ich aber gerade mal hier... ...mein Leben nochmal auffrischen und hier das Vorratslager plündern. Schwupp. Das heißt, kehre in den Winterpalast zurück, um die anderen zu warnen. Okay. Bin unterwegs. Tja. Ich würde ja gern mal mit einem Elfen über die ganze Schose hier sprechen. Leider ist Solace weg. Der war der einzige Elf, den es interessieren würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit Sarah über diese ganze Sache hier wirklich quatschen können. Obwohl ich neugierig gewesen wäre, was Sarah denn zu erzählen gehabt hätte über die Dinge, die hier passieren. Wahrscheinlich nichts Gutes. Eigentlich mit Sicherheit nichts Gutes. Sarah ist ja... Entschuldigung. Sarah ist ja ohnehin immer relativ skeptisch gewesen gegenüber dem ganzen... Altelfenkram, so will ich es mal nennen. Eure Spione haben bestätigt, dass es im Palast von Denram Gartlockfässer gibt? Ja, genau wie in Valroyo und überall in den Freien Marschen. Der Winterpalast ist nicht das einzige Ziel. Die Kunari sind nur einen Befehl davon entfernt, sämtliche Adelshäuser der bekannten Welt auszulöschen. Aber das Ganze hat doch etwas Gutes. Wenn wir die Botschafter warnen, wird sie das daran erinnern, welchen Wert die Inquisition besitzt. Nicht, wenn die Inquisition für diese Bedrohung verantwortlich ist. Bitte was? Sie haben sich durch uns Zutritt verschafft? Ja. Verdammt nochmal, wie kann das sein? Der elfische Bedienstete, der für die Fässer verantwortlich war, hat zugegeben, dass er für die Kunari arbeitet. Aber er war doch Orlaisianer. Das belastet Orlais, nicht die Inquisition. Ja, allerdings sind die Fässer nur in den Winterpalast gelangt, weil sie auf der Vorratsliste der Inquisition standen. Ach, wie sollen wir denn einen Krieg führen, wenn wir nicht einmal mehr unseren eigenen Leuten vertrauen können? Das ist in der Tat ungut. Das wird mit Sicherheit beim Großen Rat vorgebracht werden. Aber... Wisst ihr, wer die Fässer auf die Liste der Inquisition gesetzt hat? Ja, mehrere elfische Arbeiter der Inquisition sind verschwunden. Ich habe ihre Vergangenheit überprüfen lassen. Sie hatten sich der Inquisition angeschlossen, nachdem sie dem Chaos in Kirkwall entkommen waren. Ich weiß noch, wie Kirkwall zu seinen schlimmsten Zeiten war. Viele der Elfen dort sind auf der Suche nach einem besseren Leben zum Kuhn konvertiert. Und die Kunari haben Spione aus ihnen gemacht. Tja, was können wir nun aber dafür? Die Kunari scheinen ja überall, in ganz Thaedas, also im ganzen Süden von Thaedas, in jedem Haus Spione zu haben, die diese Gartlockfässer überall deponieren. Als wären wir jetzt da die besondere Ausnahme. Also wer da ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Was geschehen ist, lässt sich nicht mehr ändern. Wir können lediglich entscheiden, wie wir jetzt damit umgehen. Ich habe die Inquisition im erhabenen Rat verteidigt. Und wofür? Damit wir jene, die wir angeblich beschützen, täuschen und bedrohen? Sobald wir die Spione... Es geht nicht um die Spione! Ihr habt den toten Kunari versteckt. Ihr habt den Winterpalast quasi übernommen. Wir haben das Richtige getan, nicht das politisch Vorteilhafte. Wisst ihr überhaupt, was uns das gekostet hat? Orlais und Ferelden planen in diesem Moment uns aufzulösen. Und vielleicht sogar zurecht. Ohhhh... 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 Ohhhhh... Ohhhh... Oh-ohhhh... Keine Sorge. Es ist wieder vorbei. Aber uns bleibt nicht sonderlich viel Zeit. Ich muss zum Davarat. Danke, Inquisitor. Sollen wir... Sollen wir den Erhabenen Rat über die Gefahr informieren? Ja. Falls wir scheitern, muss der Erhabene Rat wissen, was geschehen ist. Ich sorge persönlich dafür. Leiliana, ich kann... Nein, eure Aufgabe ist ohnehin schon schwer genug. Ich übernehme es. Ich postiere Amiluvian Wachen für den Fall, dass die Kunari den Palast angreifen. Der Erbauer sei mit euch. Oh, das war jetzt schnell. Der Erbauer sei mit euch. Wupp, weg! Nun... Diese politischen Ränke... Ich kann Josephine ja verstehen. Und ja, wir haben hier einiges... Es ist keiner mehr da. Wir haben hier einiges in Beschlag genommen. Und haben ja auch mehr oder weniger... Gesagt, dass wir hier bei der Wache... Haben wir ja auch gesagt, das regeln wir. Geht weg. Tja... Aber es ist notwendig. Es ist notwendig. Es führt kein Weg dran vorbei. Wenn wir das in die Hände von Orlais oder Ferelden legen... Dann ist binnen der nächsten Woche jedes große Haus im Süden von Thedas... Explodiert. Ein Moment. Nachrichten bezüglich einer Wette. Einige Nachrichten in verschiedenen Handschriften, die mit Boten hin und her geschickt wurden. Lennart, wenn nicht so viele Gulden auf dem Spiel stünden, würde ich sagen, die Chevaliers sollten die Inquisition aus dem Winterpalast werfen. Da sind wir uns einig. Ihre aufgeblasenen Soldaten sind einfach überall. Einer von ihnen hat mich sogar am Tor aufgehalten. Dieser Narr hatte die Maske meines Hauses mit der einer Familie verwechselt, die überhaupt nicht eingeladen ist. Wie kommen sie eigentlich darauf, sie hätten hier das Sagen, wenn sie noch nicht einmal die einfachste Garderobe der Höflich... Gebote der Höflichkeit beherrschen? Das ist alles so abstoßend. Ich musste eine Schlägerei zwischen einem Soldaten der Inquisition und einer Palastwache mit ansehen. Wie ist die ausgegangen? Ich habe den Kampf natürlich unterbunden. Dieser erhabene Rat darf nicht noch mehr außer Kontrolle geraten. Mir kommt gerade ein schrecklicher Gedanke. Was, wenn überhaupt keine Entscheidung gefällt wird? Was wird dann aus unserer Wette? Der Erbauer bewahre. Sollte es doch so weit kommen, können wir die Gulden ja eurer Schwester geben, Lennart. Sie leitet doch noch diesen Hof für ausgemusterte Streitrösser, nicht wahr? Dann hätten es die alten Golde zumindest warm. Nun, ich sehe sehr viele Inquisitionssoldaten, die im Augenblick hier ihren Dienst verrichten und sehr wenig Orlesianische Wachen. Sehr wenig... Ach, das sind alles Inquisitionssoldaten. Ich sehe sehr wenig Fereldener. Ist es an der Zeit? Ist es an der Zeit, dass wir putschen und die Macht übernehmen? Und ein neues Imperium ausrufen? Hier muss irgendetwas sein. Da. Schon wieder. Fängt das schon wieder an. Anzüglicher Tratsch. Einige Nachrichten in verschiedenen Handschriften, die mit Boten hin und her geschickt wurden. Habt ihr dieses prachtvolle Geschöpf beim Pavillon gesehen? Wie kraftvoll er dort herumstolziert. Er ist einfach bezaubernd. Dass er sich verhält, als würde ihm dieser Ort gehören... Ja, als würde ihm dieser Ort gehören. Der neue Hund des Kommandanten ist übrigens ebenfalls hinreißend. Mir hat es eher die reizende Lady Pentagast angetan. Beim Erbauer, diese Augen sind unglaublich. Hört auf zu sabbern. Ihr redet hier von ihrer Heiligkeit. Abgesehen davon, weiß sie überhaupt, wie ihr heißt. So viel Glück wird mir wohl niemals vergönnt sein. Hey! Das ist meine! Also... Ja... Ist ja... Ist ja bescheid, ne? Also ich kann ja keine Besitzansprüche stellen, aber... Trotzdem meine. Brief an Arltigen. Arltigen. Ich habe mich mit einigen Verwandten aus dem orlesianischen Zweig meiner Familie unterhalten. Und sie wissen auch nicht, warum plötzlich überall Wachen der Inquisition sind. Aber sie alle sind nervös. Vielleicht wird sich der Winterpalast von nun an ja hinsichtlich der Inquisitionstruppen bei diesem Rat oder des stehenden Heeres im Osten weniger gelassen zeigen. Sie haben mir erzählt, Trevelyan wirkte abgelenkt. Nun, er hat inzwischen eindeutig genug Zeit mit seinen Beratern hinter verschlossenen Türen verbracht. Alle sind gespannt darauf, wie es weitergeht. Bun Wharton. Lass mich doch meine Arbeit machen! Ich versuche doch nur alle zu retten! Vielleicht sollte ich die Kunari einfach alle explodieren lassen. Vielleicht wäre das die richtige Entscheidung. Der Schatten ging hier oben in diese Richtung, ne? Warum sehen denn meine Wachen das eigentlich nicht? Passen die Wachen nicht gut genug auf? Okay, hier oben ist nichts mehr. Platsch. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich nochmal rumlau- Ach, guck mal da. nochmal rumlaufen und nochmal nach dem Harlekin suchen. Ein ruiniertes Picknick. Kennel. Nun, da ihr es erwähnt habt, diese Elfin in der Taverne kommt mir tatsächlich bekannt vor. Aber ich wüsste nicht, wieso sie auf der Hochzeit eurer Base gewesen sein sollte. Vielleicht war sie ja eine der Bediensteten, die sich um Herzog Werner gekümmert haben, nachdem er bei seinem Picknick im Schlamm ausgerutscht und in dieses Wespennest gestürzt ist. Beim Erbauer. Ich weiß noch immer nicht genau, wie das geschehen konnte. Ich weiß, wie das geschehen konnte. Ich habe so eine Ahnung. Wenn es um... Sarah geht. Na? Habe ich noch welche? Huch. Was denn jetzt? Oh oh. Was? Bienen? Warum? Keule der Gold- und Ebenholzkönigin. Was? Was? Bei erzielten Treffer Chance, dem Ziel Bienen hinzuzufügen. Das hat er geholt. Das hat er geholt. Der Hund. Wahrscheinlich als Dank für die ganzen Knochen. Braver Hund. So ein braver Hund. Na gut. Wir müssen auch die andere Seite noch erkunden. Mhm. Ich will nichts unversucht lassen. Hier alles an Informationen mitzunehmen, die wir irgendwie mitnehmen können. Was ist hier los? Feuerwerk? Feuerwerk. Aber warum? Aber warum? Ach, wie schön. Wir können selber sprengen. Das macht Spaß. Das macht voll Spaß. Das sind so Kleinigkeiten, ne? So Kleinigkeiten, die eigentlich völlig unbedeutend sind, aber die dann doch richtig viel Spaß machen. Und wie sie sich freuen da unten. Na gut. Genug Schabernack. Aber man kann hier jetzt wahrscheinlich nichts mehr sehen, ne? Wow. Ja, doch. In der Ferne noch so ein bisschen. Wird es ein bisschen heller, wenn man durch das Knochen sieht. das Fernrohr guckt. Okay, aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Das ist Charter und da liegt noch ein Brief. Notmaßnahmen. Der Befehl wurde erteilt. Sämtliche bekannten Doppelagenten innerhalb der Inquisition werden ausgeschaltet. Darüber hinaus werden mutmaßliche Spione von jeglichem Informationsaustausch mit dem Winterpalast ausgeschlossen. Wir haben aus mehreren Städten Nachricht erhalten und wissen jetzt, dass die Inquisition nicht als einzige von Spionen der Kunari unterwandert wurde. In Valroyo haben niedere bedienstete Gartlockfässer in die große Kathedrale sowie den Rat der Herolde geschmuggelt. In Denerim wurden unter den einfachen Angehörigen der Stadtwache Kunari-Agenten enttarnt. Und in Starkhaven wimmelt es unter den Bediensteten des Palastes von Spionen. Angesichts unserer mangelnden Voraussicht in dieser Angelegenheit würde ich es durchaus verstehen, wenn ihr sie in die Hände von jemandem legen würdet, der besser dafür geeignet ist als ich. Darunter folgt eine Antwort in Lilianas Handschrift. Die Schuld liegt allein bei mir. Und obwohl es gut gemeint ist, lasse ich nicht zu, dass irgendein anderer sie auf sich nimmt. Vergesst nicht, wie viele Leben gerettet wurden, weil wir die anderen Städte bezüglich der Gartlockfässer gewarnt haben. Abgesehen davon, meine Liebe, kenne ich so viele skandalöse Gerüchte über euch, dass ich euch uneingeschränkt vertrauen kann. Von wie vielen anderen meiner Spione kann ich das noch behaupten? Folgende Zeile wurde wieder in der ersten Handschrift verfasst. Von mindestens 23, Milady. Aber ich verstehe, was ihr damit sagen wollt. Na gut, na gut, Charter, alles cool. Schön euch zu sehen, euer Gnaden. Okay, alles cool. Hier ist nichts. Was für ein schmuckes, prachtvolles Bild. Von einem Ritter und seinem riesigen Horn. Ihr wisst, was ich meine. Ach, Tränke auffüllen, warte mal. Äh, hier ausrüsten. Zack. Blöp, blöp, blöp. Das werden wir mal wieder voll machen hier. Das, was wir verbraucht haben. Ja, aber das war zum Glück nicht viel. Achso, ich wollte mal gucken gerade. Jetzt, wo wir gerade hier sind. Der eiserne Bulle. Das ist eine Einhandwaffe, dieser Knüppel, ne? Mieser Betrüger. Das ist natürlich ein schickes Schild. Reif ist ein Schwert. Da. Es ist tatsächlich eine Keule mit einem Bienenkorb obendran. Ja, aber die Waffen, die wir haben, sind dann am Ende des Tages leider doch deutlich besser. Na gut, na gut. Ich glaube, hier werden wir nichts mehr finden, ne? Der Arlequin ist auch nicht aufzufinden. In die Taverne kommen wir gerade nicht. Was ist hier los? Ich bin mal durch. Danke. Kann ich hier noch hinaufklettern? Ich kann hier noch hinaufklettern, ne? Ich weiß nicht, ob uns das viel bringt. Das war ja der erste Illuvien, den wir dann gefunden hatten. Ich will gründlich sein, ne? Ich will nicht... ...nicht aus Versehen an irgendwas vorbeilaufen, weil wir... ...gerade dann jetzt zum Schluss... ...meinen, wir müssten hier nochmal durchhetzen. Was ist denn das für ein krasser Stuhl? Wer macht denn sowas? Ich will auch so ein Stuhl. Ich will so ein Stuhl für ein PC hier. Da wäre ich sehr glücklich. Hier oben auf dem Balkon ist auch nichts. Ne. Na gut. Na gut. Oh mein Gott. Guten Tag. Hat hoffentlich keiner gesehen. So, in die Taverne kommen wir aber nicht rein, ne? Da stehen Wachen davor. Hier stehen ganz viele Leute, die natürlich... Ah doch, wir kommen rein. Die natürlich beobachten, was hier so los ist. Unsere Leute sind alle weg mittlerweile. Ja, das ist Sarahs Kram, den wir irgendwie dauerhaft lesen können. Immer und immer wieder. Gut. Mehr gibt es tatsächlich jetzt gerade nicht zu sehen, wenn ich nicht ganz falsch liege. Das heißt... Für uns... Zurück durch den Eluvien. Das ist aber wirklich irgendwie übel, dass jetzt hier überall unsere Wachen rumstehen. Das ist äh... Hm. Ach, warte mal. Waren wir hier oben schon? Ja. Hier ist auch nichts mehr. Na gut. Dann soll es so sein. Und hier halten sie ganz besonders Wache vor dem Eluvien, damit hier keiner hinkommt außer uns. Dankeschön Leute. Ihr seid eine wahre Unterstützung. In diesen schweren Zeiten. In diesen schweren Zeiten. So. Au, hallo. Eure Hand tut weh. Sie zerreißt euch. Wir müssen doch irgendetwas dagegen tun können. Was auch immer geschieht, ich würde unsere gemeinsamen Jahre gegen nichts in der Welt eintauschen wollen. Ich liebe euch. Und ich liebe euch. Und ich liebe euch. Jetzt und für alle Zeiten. Wir haben geholfen. Wir alle. Ich werde es nicht vergessen. Genießt meine Gegenwart, solange ihr noch könnt. Ich vermute, ihr alle werdet mich später schrecklich vermissen. Warum klingt das gerade so, als würden wir hier alle sterben? Ich glaube nicht, dass es soweit ist. Oder vielmehr, ich will nicht glauben, dass es soweit ist. So, wir können ja jetzt eigentlich nur diesem Weg hier folgen, den wir schon entgangen sind. Und gucken, ob sich da oben vielleicht irgendwas Neues aufgetan hat. Wo wir als nächstes hinschreiten könnten. Da vorne, da waren wir ja schon. Das haben wir uns angeguckt. Moment. Moment. Überhaupt nicht hier oben hin. Der eine Spiegel da vorne ist plötzlich wieder repariert, beziehungsweise betretbar. Der war ja verschlossen. Hier unten. Ich mag das nicht, dass das so klingt, als würde jetzt Alec sterben. Ich meine, es wäre die Tradition. Jeden einzelnen Dragon Age Charakter haben wir bisher erfolgreich umgebracht. Aber ich mag es nicht, dass es so klingt, als würde das jetzt in Kürze so sein. Wenn ich mir eigentlich wünschen würde, dass er noch ein langes Leben mit Cassandra hat. Ja. Dieser Spiegel ist das denn nun. Also dann. Macht euch bereit. Oh, wir sind bereit. Bereiter, als man nicht sein kann. Aber. Und ich weiß, ihr habt schon befürchtet. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Und darum bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss. Tschüss.